Bevor Sie beginnen, entfernen Sie die Zugriffsblende. Entfernen. Trennen Sie den Netzanschluss von der Hauptplatine. Entfernen Sie die vier P1-Kreuzschlitzschrauben, mit denen der hintere Systemlüfter hinter der Lüftungsöffnung im hinteren Gehäuse befestigt ist. Heben Sie den Lüfter an und entnehmen Sie ihn aus dem Gehäuse. Ersetzen. Richten Sie das Branding des Lüfters zur Lüftungsöffnung und richten Sie den hinteren Systemlüfter an den vier Schraubenlöchern am hinteren Gehäuse aus. Setzen Sie die vier P1-Kreuzschlitzschrauben wieder ein, mit denen der hintere Systemlüfter hinter der Lüftungsöffnung im hinteren Gehäuse befestigt ist. Verbinden Sie den Netzanschluss wieder mit der Hauptplatine. Vielen Dank.